Nun lasst uns meditieren und dabei Antworten auf die Fragen unserer Zeit finden. Verdammt, nicht schon wieder, Schrottding. Ich brauch dringend mal wieder Neues. Smartphone oder was? Bestimmt komplett kompostierbar. Und der Hersteller hat alle seine Leute super bezahlt. Ja, ja, ist ja gut. 2014. Allein in Deutschland 36 Millionen verkauft. Big Deal. Ja, Big CO2-Ausstoß. Wie der atmet, produziert er garantiert jede Menge davon. In Deutschland 11 Tonnen CO2 pro Kopf und ja, in Entwicklungsländern eine Tonne. Klimatechnisch schlechter Deal. Ich bin bestimmt eine bessere Yoga-Lehrerin als der Vogel. Du würdest aber weniger verdienen. Ja, wenn du eine Frau, Kind oder alt bist. Oder in der falschen Gegend geboren. Da ist nichts mit Chancengleichheit, Bildung oder Geld. Über 900 Millionen. Menschen weltweit können nicht lesen und schreiben. 57 Millionen. Kinder gehen nicht zur Schule. Über 800 Millionen. Menschen haben nicht genug zu essen. Was macht die Merkel eigentlich auf den ganzen Gipfeltreffen? Wir beenden unsere Meditation. Und? Zu was für einer Erkenntnis? Wir beenden unsere Meditation. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Jungs Wilson. Vielen Dank.